Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem 10-jährigen Jubiläum. Wir sind so froh, dass Sie bei uns sind und danke für all Ihre Mühen. Dafür, dass Sie immer so viel Einsatz zeigen und immer mit 110% dabei sind, haben Sie sich diesen Bonus wirklich mehr als verdient. So, deine Probezeit ist nun vorbei und jetzt stoßen wir einfach mal auf deinen unbefristeten Vertrag an, oder? Okay, ich darf mir jetzt aussuchen. Einen Dienstwagen oder vielleicht doch ein Jobfahrrad? Ach Mensch, ich weiß es einfach nicht. Schönen Feierabend. Danke, gleichfalls. Wir drei sind aber eben in der Mittagspause. Ach so, ja. Kein Problem. Guten Appetit. Herzlichen Glückwunsch zur Beförderung. Sie haben das so toll gemacht. Wir sind so froh, Sie zu haben. Auf viele, viele weitere Jahre. Ob ich nächste Woche wohl wieder in einen anderen betrieben muss oder werde ich vielleicht doch dieses Mal übernommen? Ich würde einfach mal richtig gerne dazugehören und auch einfach mal ankommen. In der Zeitarbeit kann es einem sehr schnell vorkommen, dass man nicht so richtig dazugehört. Im Mittelstand dagegen spürt man ganz schnell ein Wir-Gefühl. Warst du auch schon mal in der Zeitarbeit beschäftigt und hattest auch dieses komische Gefühl? Dann schreib uns doch gerne deine Erfahrungen in die Kommentare. Wir freuen uns drauf und bis zum nächsten Mal. Deine Selina von YourFirm.